Ich zeige euch mal das erste gute Spiel, das ich programmiert habe. Vor drei Jahren hatte ich die Idee für ein kleines Weltraumspiel. Mit der Sonne, Planeten, Asteroiden, Explosion und einem süßen Astronauten. Im Planetjumper müsst ihr auf alle Planeten springen, während ihr dabei von der Gravitation umgelenkt werdet. Und während die ersten Level noch ziemlich einfach sind, wird es zum Ende hin echt wild. Mit einem Devlog über dieses Spiel habe ich damals übrigens auch meine YouTube-Karriere begonnen.